Wie geht's ab? Wie geht's ab? Moin Leute! Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 vom Clan Zombie Cowboys. Ich bin der Leader dieses allzu mächtigen Clanes und ich habe da vorne ganz viele ungläubige Spieler entdeckt, die wir nun zusammen mit eurer Hilfe ausschalten werden. Ausgestattet bin ich mit dem Karabiner. So, dann würde ich mal sagen, rein in die Karre und losgefahren. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Weg für dich. Astronaut, Astronaut oder wie das Lied? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich hebe ab. Nichts hält mich auf. Ich am Boden hier, Schweine und Fans. Nichts hält mich auf. Püffe, komm zu mir, du Pussy. Ich bin offiziell hier der Leader. So, ihr habt gesehen, wie krass ich bin. Wir sind hier auf Platz Nummer 7. Und jetzt komm, komm zu mir, komm zu mir, du willst ja Rache, Alter. Oh, habt ihr das gesehen? Er hat mich abgeballert. Das ist einfach so. Das ist eine Straftat. Darauf folgen 15 Jahre Vergeltung. Na, warte. Alter. Rallet die Python. Ah ne, wir haben uns eine andere Rolle. So, egal, scheiß auf den. Das ist nicht so wichtig hier. Lass mich in Ruhe. Wo sind eigentlich meine Clan-Mitglieder? Feiern die alle? Mann. Ich glaube, ich muss dir mal beibringen hier, was hier, das GTA wichtiger ist. So, egal. Dafür klauen wir jetzt hier den Porsche. Oh Gott, nein. Ähm, hey. I have no gun. Komm zu mir, Digga. Komm zu mir. Komm zu Papa. Yes. Wir haben wieder ein Kill gemacht. Und wieder ein Sieg für uns. Für den Leader von den Zombie Cowboys. Und dazu kann ich nur sagen. Perfekt. Ihr Schweine. Perfekt. Komm her, Digga. Komm her. Komm zu Papa. So, den haben wir auch ausgeschaltet. Ohne ihn zu berühren. Wie habe ich das geschafft? Das nenne ich Macht. Das soll mal jemand sagen, dass unser Clan ein Witz ist. Wo sind wir hier ein Witz? Wir sind kein Witz. Wir sind mächtig. Und die coolen Leute, die treten in unseren Clan bei. In GTA. Und in Call of Duty geht ihr in den Clan Libanon Elite mit Agenda 0700 Wovor. Und dann bangen wir zusammen. Montana Black 88 weg. Yes. Darauf habe ich Bock. Nächstes Jahr Call of Duty Black Ops. Oder wie heißt das? Call of Duty 3? Call of Duty Black Ops 3? Ach, egal. So, die Pussy, Alter. Komm her. So. Los, komm her, du Tussi. Meine Waffe ist geölt. For the fuck. Du verdammter kleiner Hund. Du köter, du ehrenhaft, unehrenhafter. So. Scheiße, Alter. Was ist hier los, Alter? Da seht ihr mal, wie krank diese Leute drauf sind. An einem so schönen heiligen Tag, ähm, ähm, äh, hier im Jahr 2016 hat gerade frisch angefangen und greife mich einfach grundlos an, obwohl ich nichts getan habe. Ich habe, ich habe meine Waffe nicht erhoben gegen diese ungläubigen Clan-Mitglieder. Nein, das habe ich nicht getan. Hallo. Kann ich bitte dein Auto haben? Danke. Was hast du zu mir gesagt? Alter, was ist hier los, Alter, heute? Da sollte ich mir das gar nicht vorgestellt hier. Alter, du verdammter kleiner Sniper. Du kleiner IS-Theorist du. Oh, Mann. Alter, guckt euch mal die verdammten Leute an, hier in GTA. So. Aus dem Auto raus. Achtung, Headshot. Perfect. Headshot. Mit einer Shotgun. Das war jetzt also wirklich ein schöner Shotgun-Schuss. Habe ich wunderbar gemacht. Schön angewinkelt und dann, boom. Würde gerne zurückspulen, wenn ihr Lust habt. Oder 5,99 Euro an die unten eingeblendete Adresse schicken. So. So. Was wollte ich noch sagen? So. Oh, der Ossi Clan ist hier. Oh. Perfect. Kommt alle zu mir. Ich bin bereit. Los. Wo seid ihr? Da ist einer. Seht ihr ihn? Kommt zu mir, Papa. Perfect. Ein Los Santos-Bangers. So. So, wen haben wir hier? Du und ich gegen den Rassisten, der Level 8000 ist. Okay. Alter, was geht denn da oben ab? Okay. Ich bin dabei. Aber nicht in diesem Leben. Haut rein und bis zum nächsten Mal, U2Games.com. Auf Eu2Games.com. Und fürchtet meine Stimme.